Hallo liebe Clickball Freunde aus Deutschland. Ich bin Maxim Schmirew aus Russland, der dreifache und aktuelle Weltmeister von World Championship of Pimpong. Ich wünsche euch allen viel Erfolg bei den deutschen Clickball Meisterschaften in Erfurt und ich hoffe wir sehen uns bald in alle Pelle in London. Bis bald, euer Maxim.